Einen schönen guten Morgen ihr Lieben. Ja, Update, Heilfasten-Update Nummer 3. Es ist heute Mittwoch und es ist der neunte Tag der 10 Heilfastentage, der 10 Tage Trinkenfasten. Und gestern war Vollmondin bzw. ja, gestern 8er und für mich jetzt von mir erzählt, der Gruppe möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber für mich persönlich war es dieses Mal sehr intensiv und ich kann sagen, dieses Mal ist wirklich dieses Heilfasten so extrem leicht, intensiv, aber eben auch so, dass ich an gewisse Thematiken rankomme und die wirklich hochkommen, rauskommen. Eins davon ist meine Hochsensibilität, die sich noch mehr in Richtung der Sinne bewegt hat. Also diese Hochsensibilität ist, ja, die hat Geburtsursprung, das ist nichts, was man über die Jahre hinweg lernt, sondern man muss lernen, mit der umzugehen und das heißt, meine Sinne sind sehr überreizt, ganz oft und deswegen bin ich auch sehr ungern unterwegs oder unter vielen Menschen, weil es mich und meine Sinne sehr überreizt. Das heißt, mein Sehsinn, mein Hörsinn, mein Geruchssinn, ja, und auch der Geschmackssinn sind, das ist nicht bei allen Hochsensiblen so, aber bei mir ist es halt so und der ist sehr, die sind ohne Puffer. Ihr müsst euch vorstellen, ich gehe irgendwo Shoppingmeile, ja, bei uns zum Beispiel Passau Stadtgalerie, wenn ich da einen halben Tag drinnen umeinander latsche, brauche ich mindestens einen halben Tag Urlaub, also brauche ich Erholung, brauche ich Ruhe, da darf mich keiner ansprechen, da darf kein Fernseher nichts laufen, da brauche ich Ruhe, um mich zu erholen. Früher war es noch schlimmer, als ich keine Ahnung davon hatte und heute ist es natürlich für mich sehr leicht, das auch zu bewältigen, ja, weil ich es einfach weiß, wie ich damit umgehen muss und von woher es kommt und, genau. Und das hat mich auch, früher hat es mich auch krank gemacht, also ich dachte immer, ich habe mir irgendein Virus eingeholt, aber das, dem war definitiv nicht so, sondern ich habe einfach, mein Immunsystem hat sich dann so überarbeitet, das wurde so hochgefahren, dass das einfach nichts mehr ging, ja, also das war dann dem einfach schon zu viel und auch mir war es einfach zu viel, ja, man muss sich vorstellen, man wird ständig beschallt, man wird mit Gerüchen übertüncht, ständig von früh bis spät so ungefähr, so kann man sich das vorstellen, also ich mache das jetzt wirklich so ganz stark übertrieben und irgendwann schaltet sich das aus, irgendwann schaltet sich der Geruchssinn aus, irgendwann macht auch die Stimme, ja, sich bemerkbar, beziehungsweise eben auch der Hörsinn, irgendwann und auch der Sehsinn, ich gehe einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gehe ich mal wirklich zum, ja, ich lasse das einfach anschauen und da ist immer, ich bin immer, ja, top drauf, so, ich sage es jetzt mal so und ich sehe sehr gut, ich höre sehr gut und das habe ich alles über die Jahre hinweg, hat sich da halt so vieles angestaut und auch der Körper hat viel mit mir durchgemacht und ich bin meinem Körper, meinem Leib sehr, sehr dankbar, dass er so viel erträgt und auch ertragen hat und mich trotzdem immer noch als, ja, sehr stabilisiert und gut ins Leben begleitet. Und dieses, wo will ich hin, also es geht darum, dieses Sinne, die haben nicht hochsensible, die haben so, wie ein Puffer ist das, die können durch den Stockgallery latschen und machen und tun und dann danach noch zu Hause kochen, putzen und aufräumen und solche Dinge und das ist mir viele Jahre nicht mehr möglich gewesen, das ist echt schwierig und jetzt, wo ich so arbeite intensiv, auch im energetischen Bereich, ist es mir, ja, brauche ich auch Erholung, ich brauche Ruhe, ja, und ich bin sehr froh, dass ich hier im, ja, in einem sehr ruhigen Dorf lebe, wo wenig Verkehr ist, in Anführungsstrichen wenig Verkehr, wenig Lautstärke, ja, also ich kann raus und bin im Wald und das ist halt sehr genial und da bin ich auch sehr dankbar dafür und das hat jetzt beim Heilfasten, durch das, dass sich plötzlich, dass sich die abgeschaltet haben, dass die überreagiert haben, haben sie sich lange Zeit abgeschaltet und heute oder, ja, jetzt diese Tage einfach schon, ist es so, dass der Körper vieles so entgiftet hat, schon rausgeholt hat, dass ich alles rieche, alles, alles, was irgendwie an mir vorbeihuscht, rieche ich intensiver, das Sehen hat sich wieder eingestellt, das war so, dass ich, ich habe vor zwei Tagen, habe ich sehr schlecht gesehen, ist alles verschwommen beim Schreiben, am näher hinkommen und so und solche Dinge und, ja, natürlich auch das Hörer, Hören, ja, es war jetzt immer sehr interessant auch zu spüren, wie stark sich das wieder gezeigt hat, wie gut ich höre, ich höre halt Dinge einfach, die andere dann nicht hören und das Sehen hat sich jetzt auch wieder reguliert, es ist noch ein bisschen dran, es muss sich noch ein bisschen regulieren, aber, ja, und auch mein ganzer Leib reguliert sich, ich habe eine kürzere Seite, die rechte Seite ist ein bisschen kürzer und dadurch auch das Kiefer nicht richtig und das richtet sich alles gerade wieder ein, das ist wunderbar und es ergänzt sich sehr vieles wieder und es darf sich jetzt auch wieder erfüllen, ja, und mit dieser Arbeit jetzt, in dieser Periode der Heilfastenzeit, mit dieser Gruppe jetzt passiert sehr viel, ja, es ist vielleicht jetzt nur kurz nebenher, also auch die Nase läuft, ja, weil der Körper einfach entgiftet und das ist supi, das ist sehr gut, und feuchte Schleimhäute, ja, das ist hervorragend, Speichelfluss ist ganz stark und das brauchen wir für unsere Verdauung grundsätzlich, ja, wir haben sehr wenig Speichelfluss, auch den Menschen grundsätzlich und das ist nicht gut, deswegen haben viele auch Verdauungsprobleme, weil der Speichelfluss nicht funktioniert, ja, oder weil er zu wenig ist und da gibt es viele Kräuter, die man auch als, die man einnehmen kann, die man zu sich nehmen kann, als Tee, als mit allem Möglichen, damit einfach das auch wieder reguliert wird und natürlich auch das Heilfasten ist ein sehr, sehr guter Begleiter dabei, wenn man da wirklich Probleme hat. Es ist im Ganzen eigentlich eine geniale Geschichte wieder und gestern war Vollmond und der hat so vieles eben wieder hervorgebracht. Er hat so Sachen hervorgebracht wie, ja, es ist wie, ich kann es gar nicht beschreiben, also es ist so, dass ich keinen Hunger habe, ja, also Hunger ist keiner da. Es muss auch so sein, es soll auch so sein, es ist ganz wichtig, weil sonst, wenn Hunger entsteht, ist Mangel da. Und dieses Mal ist es wirklich so diese Reste von, ich will das haben, ich will das, was die da gerade kochen, das will ich haben. Und es hat dann auch eine mit im Kurs, es kam dann das Thema auf, die Gier. Und man glaubt, man hat das vielleicht sogar schon ein bisschen abgelegt, aber sie zeigt sich dann in den einfachsten Dingen, ja, wie Essen, die Gier nach Essen. Und dann hat es nichts damit zu tun, um überleben zu können, schon auch. Aber hier ist es die Gier, ja, da geht es um gierig sein, das haben zu wollen, weil Hunger hat man keinen. Und wegen dem Hunger ist es nicht, ja, also wie gesagt, keiner muss hungern in dieser Zeit. Aber es ist hier wirklich die Gier und die hat sich jetzt gezeigt und zwar gestern auch mit der Vollmondin. Und sehr intensiv, ja, die kamen dann direkt auch nachts, kurz bevor ich ins Bett gehen wollte, kamen die noch hoch und ich dachte mir, was ist das jetzt, ja, was soll das jetzt, diese Gier nach Essen, nach, komm, brich ab, mach einfach und koch dir was Schönes. Und dann ging ich halt ran an dieses Thema, ja, ich habe dann gearbeitet und heute wie weggeblasen. Heute ist ein toller Tag, heute geht es mir gut. Bei uns hat es schon minus zwei Grad jetzt heute früh gehabt, sehr cool, ja, cool, ich finde es sehr gut. Und ich kann definitiv sagen, dass zwar morgen der letzte Tag sein sollte, aber ich denke, ich werde weitermachen, ich denke, ich werde noch zwei, drei Tage weitermachen. Jeden Tag entscheide ich das neu, ja, jeden Tag werde ich das neu entscheiden für mich, aber es ist auf jeden Fall heute ein sehr guter Tag. Und wir schauen, wie es weiterläuft. Ich schaue, wie es weiterläuft und, genau, werde euch dann das letzte Update von der Gruppe dann auch geben von uns, wenn ihr das hören wollt. Und bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.